So meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 39. Folge der FIFA 18 Karriere mit der Schweiz, beziehungsweise jetzt natürlich wieder mit Inter Mailand. Ihr habt es im letzten Part mitbekommen, wir hatten da so ein Spiel, ja, so ein Spiel mit der Nationalmannschaft gegen unter anderem Inia gegen Neymar, war nur ein WM-Finale. Haben wir leider Gottes am Ende verloren, nichtsdestotrotz war es eine unglaublich starke WM, die wir glaube ich gespielt haben mit der Schweiz, auf den zweiten Platz gekommen, sprich bis ins Finale. Und dann hat leider gegen Neymar und Co verloren. Grüße gehen raus an Neymar, an das brasilianische Team, wenn ihr das Let's Play gerade seht, habt ihr euch verdient, gar keine Frage. In dem Sinn, wir starten heute rein in die zweite Saison, ich habe es schon am Ende der letzten Folge angesprochen, ab heute, ab Part 39, ihr seht es auch am Thumbnail, dass es ein bisschen anders ist. Starten wir also rein in die zweite Saison, vorneweg auch nochmal, um vielleicht das Thema Schweiz ganz kurz nochmal aufzugreifen. Keine Ahnung, was wir machen. Also ob wir da jetzt zurücktreten, ob wir da mit der Schweiz weiterspielen, ich habe absolut keine Ahnung. Wir können mal ganz kurz reinschauen, ob da schon irgendein Freundschaftsspiel im Kalender in irgendeiner Art und Weise drin ist. Bis dato noch nichts, hier ist nochmal irgendwie nicht, das ist Copa Nationale. Also da ist soweit auch noch nichts drin. Ich denke mal fast, dass das dann mehr oder weniger da nochmal irgendwie nachgereicht wird oder so. Beziehungsweise vielleicht sehen wir es auch nicht, weil wir vielleicht aktuell noch gar nicht Vertrag haben. Ich habe keine Ahnung. Aber das wollen wir auch nicht heute entscheiden, da haben wir noch ganz lange Zeit. Also jetzt lassen wir erstmal das WM-Finale ein bisschen sacken und dann gucken wir weiter. In dem Sinn, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Anyways, vielen Dank auch für die ganzen Kommentare, die ihr mir geschrieben habt. Ich habe die nebenbei nochmal offen. Da waren sehr, sehr coole Kommentare mit am Start. Kommentator für die WM 2018 schreibt, obi, cr7. Ich glaube, das wird nichts. Seit wann hat Ederson den Helm auf? Das ist auch eine gute Frage. Seit dem Fall von Mané, I don't know, Freunde. Von dem her mal schauen, ja. Bürki für Inter Mailand stand auch noch da mit in den Kommentaren. Da werden wir uns jetzt später auch nochmal umschauen, beziehungsweise da werde ich euch auch heute fragen, wen wir so verpflichten wollen. Heißt, ihr könnt jetzt schon mal euch Gedanken machen, aber da kommen wir später nochmal mit dazu. Und so weiter und so fort. Auch nochmal die Frage bezüglich den Einstellungen. Also, ich kann es euch gerne nochmal zeigen, wie ich meine Einstellungen hier habe. Also, ich spiele immer auf Legende und das ist das CPU-Gameplay. Also, um sieben besser sozusagen, bis auf jetzt so Verletzungsschäufigkeit und Schwere und das ganze Gedöns. Da sogar acht. Das habe ich, glaube ich, gerade aus Versehen eingestellt. Überall sogar sieben besser. Ja, also, dementsprechend, nur damit ihr da Bescheid wisst. Wir haben schon echt ordentliche Einstellungen, meiner Meinung nach, die wir da angepasst haben, die, glaube ich, auch aktuell ganz gut sind. Vielleicht müsst ihr die nochmal ein bisschen nach oben korrigieren, das werden wir sehen. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst, Freunde. So, dementsprechend, heute viel Kleinkrams, heute ein bisschen Simulation, heute ein bisschen Kaderanalyse und mit der werden wir auch rein starten. Das ist nämlich das, was ich euch, wie gesagt, heute schon mal fragen wollen würde, um die Frage schon mal relativ auch am Anfang zu klären. Das ist der Kader. Was sollen wir tun? Wen sollen wir verkaufen? Wen sollen wir kaufen? Was haben wir denn aktuell an Budget? Wir stehen bei 71 Millionen Transferbudget, die wir aktuell zur Verfügung haben, bei 179.000 Gehaltsbudget. Sprich, damit ihr das schon mal im Hinterkopf habt, das ist das Finanzielle und das ist das Sportliche. Also, wir gucken mal, wir haben im Sturm. Also, die Formation an sich finde ich schon mal stark, die will ich auch so weiterspielen. Ist mal eher was untypisches für meinen Karrieremodus. Keine Ahnung, ob das allgemein untypisch ist, so eine Formation, aber für meinen Karrieremodus ist es relativ untypisch. Meistens spielen wir eigentlich mit Flügelspielern 4-3-3 oder 4-1-2-1-2 oder irgendwie sowas in der Art. Oder Dreierkette, wie bei Magdeburg. Aber das ist eher eine ungewöhnliche Formation für mich. Wir haben aktuell Belotti, wir haben Icardi, wir haben Gabriel, nicht Jesus, sondern Gabriel Barbosa ist der gute Mann. Sprich, drei Stürmer. Puskas ist da nochmal zurückgekehrt, ausgeliehen. Manage oder so zurück, ausgeliehen. Pina Monti, die da alle mit zurückkehren. Forte hier noch. Also, ihr seht, wir müssen da auch natürlich einige wieder verleihen. Der Kader ist so dermaßen aufgebläht, nachdem die ganzen Spieler zurückkommen. Das ist Wahnsinn. Ähm, im ZOM hatten wir den meiner Meinung nach besten Spieler der vergangenen Serie A-Saison, nämlich Ivan Perisic. Ähm, ich denke, das ist auch absolut perfekt. Man hat halt aktuell nicht wirklich einen Ersatz. Ähm, vor allem wir haben auch keinen wirklich gelernten ZOM, muss man sagen. Aber, da können wir uns nicht schon mal Gedanken machen. Nichtsdestotrotz, Perisic muss spielen. Perisic ist genialst in diesem FIFA. Ähm, sprich, der wird natürlich standardmäßig in der Startelf stehen auf ZOM. Dann haben wir Mittelfeld. Und da hat sich jetzt irgendwie ein bisschen was verruckt, warum auch immer. Ähm, Milinkovic, Savic, Goretzka und Brozovic. Das ist Mittelfeld, mein lieber Herr Gesangsverein. Wir haben dann noch dazu einen Vesino. Wir haben noch einen Kondogbeer, der aktuell auf der rechtserteiliger Position entsteht. Gnukuri als junges Talent. Ähm, theoretisch noch ein Upamecano, der da auch spielen kann. Aber auch da würde ich fast sagen, bräuchte man noch mal Ersatz. Also, meiner Meinung nach fehlt uns ein ZM, der auch ZOM spielen kann noch. Nennt starker. Wir haben jetzt aktuell, wie gesagt, Kondogbeer, Vesino. Das sind zwei Spieler, die durchaus okay sind, aber für unsere Ansprüche mittlerweile nur noch in der zweiten Reihe stehen. Also weder Vesino noch ein Kondogbeer sollten eigentlich von Beginn an spielen. Ähm, im Z-Welm haben wir für Perisic, wie gesagt, eigentlich gar keinen Ersatz. Das heißt, wir bräuchten einen Achter, der aber auch geil als Zehner ist, ja. Einen offensiven Achter, Freunde, sozusagen. Oder man holt sich halt einen Zehner und einen Sechser. Das können wir auch machen. Heißt, Mittelfeld, zentrale Position, gerne Gedanken machen. Da müssen wir auf jeden Fall aktiv werden. Da müssen wir was tun. Ähm, Linksverteidiger haben wir aktuell. Daniel Dalbert, ähm, Rechtsverteidiger Cancelo. Den kann ich jetzt da schon mal reinpacken. Miranda Medrugani, Skriniya Upamecano. Also auch da könnte man durchaus mal was tun. Handanovic im Kasten, um den nochmal kurz mit reinzunehmen, ist 34. Da haben wir Bardi, Pardelli und Co. Ähm, würde ich sagen, müssen wir uns dieses Jahr noch nicht drum kümmern. Aber nächstes Jahr, ähm, bräuchten wir dann auf jeden Fall einen Ersatz, wahrscheinlich für Handanovic, weil dann wird er ein bisschen zu alt. Die Frage ist auch, inwieweit Miranda noch, ähm, ähm, also der wird natürlich seine Spiele machen. Um Gottes Willen, mit ihm haben wir ja auch verlängert. Ich glaube, um ein Jahr nochmal. Die Frage ist nur, ob man ihn nicht auch so langsam ablösen möchte. Ähm, das heißt vielleicht auch nochmal nachgucken, ob man dann den Starken findet. Ich meine, wir haben aktuell Skriniya, den kannst du durchaus reinwerfen und dann schon den Upamecano, der auch eine super Entwicklung noch nehmen wird, aber noch nicht an dem Punkt ist, wo er auch Champions League zum Beispiel spielen kann. Jetzt lasst uns da mal den Miranda oder den Rugani irgendwie dumm verletzen. Dann haben wir durchaus Probleme. Heißt, ein IV wäre auch nochmal stark. Ein LV wäre auch nochmal stark und auch ein RV. Also wir brauchen eigentlich, lass uns mal kurz gucken, Upamecano war LV oder RV? Gar nichts von beiden. Wir brauchen eigentlich einen Offen, einen Allrounder auf der Links- oder Rechtsverteidiger-Position. Heißt einen Außenverteidiger. Ähm, und wir brauchen, lass uns nochmal kurz gucken. Dodo, da haben wir gar nichts, ne? Ne. Ähm, wir bräuchten, also was wir safe brauchen, ist ein Außenverteidiger. Am besten einer, der links und rechts spielen kann. Eventuell auch auf zwei, die wir dann kaufen müssten. Aber am besten wäre natürlich einer, der links und rechts spielen kann. Zur Not kann man da auch mal den Upamecano reinschmeißen oder sonst was. Oder den Rugani oder was auch immer. Das ist an sich kein Problem. Aber, wir brauchen einen Allrounder auf der defensiven Außenbahn. Dann brauchen wir einen Ersatz in der Innenverteidigung, grob mit einem 80er Rating. Die Außenverteidiger würde ich auch sagen, so ein 80er Rating. Und wir brauchen noch im ZM jemanden. Da von mir ist auch so ein 80er Rating. Also meine Idee wäre, entweder ein ZOM mit einer 80, grob natürlich, kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger sein. Je nachdem wie alt, Potenzial, bla bla bla. Aber grob ein 10er mit einer 80 und ein 6er mit einer 80. Wahlweise auch statt den beiden ein 8er, der auch eine 80 hat. Der sowohl im ZOM spielen kann, als auch für Brozovic, Goretzka oder Milinkovic, Savic. Ähm, da brauchen wir was. Dann brauchen wir einen Links- oder Schrägstrich und Rechtsverteidiger mit einer 80 und einen IV mit einer 80. Das wären jetzt mal so meine Ideen aus diesem Kader. Das wäre jetzt mal so meine Kaderanalyse. Wenn ihr eine andere Meinung teilt, dann schreibt mir das auch sehr gerne in die Kommentare. Und wenn ihr, wie gesagt, Vorschläge diesbezüglich habt, dann schreibt die mir rein. Da werden wir uns dann ab dem nächsten Part ein bisschen genauer drum kümmern, was wir da alles angehen werden. Sturm ist halt auch nochmal so ein bisschen die Frage, ne. Da haben wir jetzt aktuell einen Gabriel Barbosa, einen Icardi, einen Velotti. Was tun, wenn da mal einer ausfällt? Auch da könnte man nochmal drüber nachdenken, sich jemanden zu holen. Da müssen wir halt auch nochmal kurz ein bisschen unsere Jungs hier anschauen. Der ist 22 Jahre alt, der Pushkas. Das ist halt die Frage, inwieweit die wirklich Sinn machen, die zu fördern. Was hat der? Freestar, Freestar. Der hat Freestar, Two-Star. Das ist halt alles ein bisschen, naja, Forte. 25, nee. Also im Sturm braucht man fast auch nochmal was. Der kann aber ruhig schlechter sein als Gabriel. Also das kann so ein Upamecano sein von der Art, ja. Einer, der unglaublich viel Potenzial hat, aber der aktuell noch bei so einer 75, 76, 77 steht. Und der dann Stürmer Nummer 4 ist. Das wäre kein Thema. Aber da könnte man sich auch nochmal Gedanken machen. Das heißt, im Grunde genommen, eigentlich brauchen wir auf jeder Position Ersatz, ja. Wir brauchen auf jeder Position einen Ersatz. Keinen, der in die Startelf rein muss. Wir brauchen keinen dicken Transfer. Aber wir brauchen auf jeder Position einen Ersatz. Und um Handanovic sollten wir uns spätestens nächstes Jahr kümmern oder vielleicht im Winter. Aber da sehe ich jetzt aktuell noch weniger Bedarf. Neben Handanovic, wie gesagt, Bardi, Padelli, das passt dann schon. Das ist dann in Ordnung. Da werde ich, glaube ich, auch den Padelli versuchen zu verkaufen. Dann haben wir Bardi als zweiten Keeper mit 26 und Radu als dritten Keeper mit 21. Padelli steht bei 32. Also den müssen wir verkaufen. Okay, ich hoffe, das war soweit klar, damit ihr da wisst, was ich meine und euch nicht denkt, was labert der eigentlich? Ich weiß es nicht. Ähm, gut. Dann werden wir mal ganz kurz entspannen. Wir haben ja, wie gesagt, Porto, Liverpool und Dortmund in einer Gruppe in diesem Freundschaftskick. Das wird sehr, sehr nice. Werden wir aber alles simulieren. Ähm, so. Dann als nächstes werden wir, ähm, ein bisschen die Spieler pushen. Ein bisschen Training machen. Ähm, ich werde jetzt erstmal gucken. Da werde ich auf jeden Fall einen Upamecano schon mal mit reinnehmen. Das ist klar. Ähm, machen wir einfach mal das hier gleich. So. Dann werde ich mit reinnehmen. Die Frage ist, diesen Van Heusten. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wird ich auch mal mit reinnehmen. Let's go. Dann haben wir schon mal zwei IVs. Dann, äh, Mittelfeldspieler. Gnukuri. Kondokbier, Vukoya und Goretzka. Flügelspieler. Äh, ich bin gerade am überlegen, wie ich es mache. Ich möchte auf jeden Fall zwei... Komm, dann nehme ich diesen Radu auch nochmal mit rein hier. Ich werde auf jeden Fall zwei Vorlagen sozusagen nehmen. Das heißt, dann mache ich hier am besten inklusive Mittelfeld, aber nicht mehr. Gnukuri. Gehen wir auch mal schwer mit. Und einen Goretzka werde ich da auch nochmal mit reinnehmen. Ähm, let's go mit... Oh, das kann er halt alles schon unfassbar gut, ne? Defensiver Stresstest. Lass mal das machen. Defensiver Stresstest. Let's go. Okay. So. Äh, kann ich das ab... Wie speichere ich jetzt das nochmal ab? Neue Voreinstellung. Ähm, dann nenne ich das jetzt einfach mal Defensive. Ähm, und dann werden wir die anderen mal löschen, wenn das funktioniert, so wie ich das vorhabe. Defensive. So. Die möchte ich löschen. Löschen. Und die möchte ich auch löschen. Okay, wenn ich jetzt da drauf drücke, dann haben wir die. Dateis. Dann gehe ich jetzt hier mal rein. Dann machen wir jetzt mal die Offensiven. Da haben wir Pina Monti mit 19 Jahren. Das ist wahrscheinlich so der einzige, den wir fördern sollten. Dann nehme ich den auch gleich mal. Ähm, empfohlen. Stellungsspiel, Abschluss, Schusskraft. Let's go. Ähm, dann statt von Heusten noch einen Flügelspieler. Nämlich den... Das ist halt die Frage, inwieweit wir die überhaupt behalten, ne? Da haben wir viele Jugendspieler, aber das macht halt auch nicht so viel Sinn. Ähm... Ich nehme nochmal den Gabriel mit rein, Freunde. Den werde ich auch nochmal pushen. Mal schauen. Fernschösser, Kopfballpräzision, Ballkontrolle, Dribbling. Das ist halt schon alles unglaublich. Ausdauer wäre da durchaus nochmal stark. Ähm, schauen wir mal. Ist das hier nochmal mit drin? Dribbling. Aber das kann auch schon passen. Ja, da machen wir was. Da machen wir was. Jungs, gibt es da was mit Ausdauer? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm... Egal. Übersicht, kurzer Pass. Let's go. Dann... Nehmen wir mit rein einen... Wer nehmen wir da noch mit rein? Wukoya mit 16 Jahren. Ah, das ist schwierig, ne? Das ist echt schwierig, Jungs. Komm, ich nehme dann mal diesen Rivas mit rein. Warum nicht? Ähm... Empfohlen. Dribbling, Ballbesitz. Okay. Damak, Nukuri und nochmal Goretzka. Da werde ich aber hier nochmal Goretzka mit rausnehmen. Dann nehme ich da nochmal den... Ich pushe nochmal weiter in den Pinamonti. Vielleicht wird das ja sogar ein geiler Mann, den wir da gebrauchen können. Ähm... Machen wir das hier. Vielleicht wird das ja sogar ein starker Mann. So, jetzt gehe ich hier mal rein. Trainingsvoreinstellungen, neue Voreinstellungen. Dann speichern wir das mal ab unter Offensive. Huch, nicht Offensive, sondern Offensive natürlich. Und dann haben wir da schon mal zwei Voreinstellungen. Und dann könnte man natürlich noch eine letzte Voreinstellung machen, wo man auch nochmal die Jugend mit reinnimmt. Ähm... So, jetzt lassen wir nochmal schauen. Trainingsvoreinstellungen. Genau. Defensive, Offensive. Wunderbar. Dann lass erst mal die Defensive trainieren. Die hat, glaube ich, das macht ein bisschen mehr Sinn aktuell. Alles simulieren. Sehr schön. Äh... Und dann, wie gesagt, können wir noch die Jugend mit reinnehmen in einen... in einen Waschwisch, was auch immer. Aber das lassen wir vorerst mal. Aber sehr schön. Okay. Haben wir das. Dann wollte ich als nächstes nochmal ganz kurz reinschauen in meine Jugendakademie. Ähm... Und da eventuell nochmal den einen oder anderen rausschmeißen, der nicht wirklich Sinn macht. Aber die haben alle schon mal zumindest ein starkes Potenzial. Antonio Mariani. Ja, der hier kann auf jeden Fall raus, oder? Antonio Esposito. Hat einen Scheiß. Scheiß gibt der uns hier. Was haben wir denn vom Marktwert? 210, 375, 450, 750. Krass. Äh... 250, sie... 170, 400... 230. Okay, das heißt, der Felix Becker ist der krasseste Motherfucker on Earth, Freunde. Der Kerl gibt Gas. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm... Das ist doch schon mal ganz schön. Gut. Äh, warte mal. Ich gucke nochmal ganz kurz rein im Jugendstab, aber da ist ja nichts, oder? Da kann ich es nur aufbauen. Scout-Bericht verfügbar. Dass ich auch nochmal kurz durchgehen. Äh, ablehnen. 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 Bis 92. Aber lehne ich auch hier ab. Der hat ein Scheiß Start-Rating, der sowieso... Ja, ablehnen. 16 lasse ich mal drin. Und... Ablehnen. Okay, das heißt, der Nilo Bikanjic oder so ist da als einziger drin. Und den Urs Rösch. Den schauen wir uns auch nochmal an. Ähm... 71 bis... Uh, der könnte vielleicht durchaus nicht schlecht sein. Lasse ich drin. Lasse ich auch mal. Noch drin. Raus. 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 Ja, lassen wir mal. Uh, ja. Was hat der für einen Marktwert? 50.000 Uhr? Okay. Ja, gut. Der hat wieder ein Kack-Start-Rating, ne? Und raus hier. Raus hier. Okay. Sehr schön. Ähm... Ich werde dann die alle gemeinsam wieder losschicken. Heißt, ich werde jetzt den Scout erstmal warten lassen, damit wir die gemeinsam losschicken, glaube ich. Oder zumindest machen wir es nächstes Mal oder so. Gut. Und dann, äh... Last but not least, ähm... Für heute zumindest, bevor es gleich in die Simulation reingeht, äh... Geht, wollte ich nochmal ganz kurz in mein Büro schauen. Äh... In meine Mannschaft schauen. In meine Teamzentrale. Und dann werden wir jetzt nochmal den einen oder anderen auf die Transferliste setzen, Freunde. Erstmal gucken wir uns nochmal schnell die Verträge an. Bardi, ein Ja-Pardelli. Der kommt, wie gesagt, auf die Transferliste. Das ist klar. Bastoni, der zurückgekehrt ist... Ne, der ist ausgeliehen. Der ist jetzt noch ausgeliehen? Wie? Zwei Jahre. Ach, der war zwei Jahre verliehen. Wisst ihr, was ich, glaube ich, mache? Ich, glaube ich, hole auf jeden Fall den Ansaldi zurück, Jungs. Ja, das mache ich. Das mache ich. Let's go. Ja. Also, an Saldis zurück. Dann haben wir nämlich da schon mal einen Außenverteidiger. Und zwar den Starken. Einer, der wirklich perfekt als zweiter Mann passt. Den nehme ich auf jeden Fall zurück. Ähm... Bakayoko würde ich auf jeden Fall mal auf die Transferliste setzen. Den Van Heus nicht. Den kann man durchaus pushen. Das könnte ein starker Mann werden. Ähm... Forte kommt auf die Transferliste. Pushkas. 22, eine 71. Würde ich mal auf die Leihliste setzen. Das geht gar nicht. Doch, da auf die Leihliste. Let's go. Den hier auch auf die Leihliste. Mal schauen. Vielleicht wird aus denen was. Ich glaube es ja eher nicht. Nukuri möchte ich erstmal behalten. Kondogbia möchte ich behalten. Miranda möchte ich behalten. Radu ist der junge Keeper. Behalt mal. Handanovic behalten wir natürlich. Palazzi werde ich verkaufen. Der ist mir schon... Das wird nichts mehr, glaube ich. Vecino behalten wir natürlich. Brozovic natürlich. Dodo. Ähm... Hau ich auf die Transferliste. Mit 26. Der kommt auch weg. Icardi. Gabriel. Pinamonti behalten wir. Dalbert behalten wir. Rugani behalten wir. Beloni. Auf Transferliste. Rivas. Ja, auf Leihliste. Der hat durchaus noch Potenzial. Goretzka. Milinkovic. Savic. Grinja. Perisic. Belotti. Cancelo. Upamecano. Selbstredend bleiben am Start. Okay. Haben wir das soweit? Also es gibt jetzt auch keinen, um vielleicht nochmal ganz kurz das Thema aufzugreifen, aus meiner Startelf, den ich verkaufen wollen würde. Einer der Stars, ja. Und wir sind mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo wir jetzt Champions League spielen. Das heißt, solange das Angebot nicht irgendwie 200 Millionen für Belotti heißt, müssen wir die auch nicht annehmen. Also, wir sind auf einem überragenden Weg. Es wäre eher dumm aus Spielersicht, jetzt als Meister und Co. Richtung Champions League gehend auch nochmal jemanden, also Inter zu verlassen. So, wir sind auf dem besten, besten Wege. Ein richtig großer Klub zu werden. Heißt, wir können auch ein paar Angebote durchaus ausschlagen. Ganz klar. So, Ansaldi ist wie gesagt zurück. Lasst mich nochmal ganz schnell die Bank auch angehen. So, Pardelli ist wie gesagt nur noch Ersatz. Bardi kommt dafür rein, der auf der Bank sitzt. Skirinia Upamecano. Warum haben wir so wenig Auswechselspieler? Dürfen wir da nicht mehr haben? Irgendwas stimmt doch da nicht. Ähm, so Ansaldi. Dann sortiere ich die zumindest mal hier hoch, damit ich die im Blick habe. Ähm, ja. Ziemlich genau so. Dahinter sortiere ich nochmal kurz nach Rating, damit wir das im Blick haben. Zack, zack, zack. Natürlich habe ich einen vergessen. Egal, Dodo wird auf jeden Fall verkauft. Das passt. Okay. Ja, mit Ansaldi sind wir da auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen flexibler. Das passt. Äh, dann kann man den da auf links mal reinschmeißen durchaus statt Tal Bär. Kann halt Ansaldi auch rechts spielen? Weiß ich jetzt nicht. Wartet mal. Vielleicht wurde das hier nur gerade nicht angezeigt. Nie. Aber denke ich, kann man durchaus mal machen. Jut, 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 Jungs. Dann würde ich sagen, dann steht das soweit. Dann gehen wir jetzt rein, machen ein, zwei Simulationen. Ich denke aber fast nur eine, nämlich gegen den BVB. Und dann werde ich wieder, äh, erstmal auf eure Kommentare warten. Was ihr denn da so mir Schöne schreibt. Und dann, äh, geht's erst mit dem Porto-Spiel weiter im nächsten Part. Denke ich. Das ist das Sinnvollste. Angebot für Ivan Perisic. 34,8 Millionen, Freunde. Wenger mal wieder am Spahn. Wenger mal wieder am Spahn. Natürlich. Na. Perisic hat nur noch einen Wert von 28 Millionen. Das ist ja krass. Ähm. Frozenone möchte den Francesco Forte ausleihen. Allerdings, glaube ich, habe ich den zum, zum Kauf drauf gekloppt, ne. Äh, Angebot wird abgelehnt. Perisic und Bullshit. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm. Lass doch mal kurz den Forte anschauen. Die möchten den ausleihen. Aber ich habe den eigentlich verkaufen wollen, oder? Habe ich den verkaufen wollen? Mannschaften. Teamzentrale. Finanzen. 25 war der Kerle. Oh, ich habe mal, wie viele Junge da jetzt zurückgekehrt sind. Wahnsinn, ne? Äh, hier. Vertragsdauer. Den habe ich doch. Warte mal, ich, äh, von Liste streichen. Jetzt haue ich den nochmal drauf kurz. Auf Transferliste setzen. Ja. Also, den möchte ich verkaufen, nicht verleihen. Weil, äh, das hat keinen Sinn mehr. Dann haben wir den nächstes Jahr wieder an der Backe, den Kollegen hier. Das macht ja keinen Sinn. So, bla bla. La, okay. Das heißt, dann kann ich auch mal kurz nochmal reingehen. Und das soweit schon mal löschen. Transferzentrale. Ähm. Erhaltene Angebote. Ablehnen. Den wollen wir auf jeden Fall, wenn, dann verkaufen. Sehr schön. Gut, äh, dann gehen wir rein, Jungs. Also, Simulation. Kann ich jetzt hier nochmal kurz bitte meine Bank auffüllen? Oder warum? Das geht nicht. Warum sitzen da nur fünf auf der Bank? Aber ich kann da auch nichts machen. Bin ich gerade dumm, oder? Bin ich gerade dumm? Ich weiß es nicht. Äh, wir gehen rein. Simulation gegen Dortmund, gegen den BVB. Mal schauen, wie die Dortmunder spielen werden. Da bin ich sehr gespannt. Mit, äh, hier. Raimann, Juan, Fran, Hu, Zagadouk, Ulam, Rode, Schein, Burnici, Amolenko, Amanjedo, Schölle, Bürki, Toprock, Weigl, Aubameyang, Patra. Komisch. Ugani, Rektron, Perisic mit dem 1-0. Okay, wir mit einem Mann weniger. Perisic aber mit dem 2-0. Der macht genau da weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hat. Absoluter Wahnsinn. Halbe Stunde haben wir noch zu gehen. Belotti mit dem dritten. Aber gut, Dortmund spielt ja auch nicht wirklich mit einer Top-11, muss man sagen. Aber 3-0 ist auch trotzdem schon krass. Ordentlich. Also, erstes Spiel der neuen Saison. 3-0 gegen den BVB. Damit kann man durchaus leben, würde ich sagen. Rugani wird für zwei Spiele gesperrt. Ich werde bekloppt, okay. Ähm, enttäuscht ist der Gabriel Jesus. Da ist mir das relativ egal. Dann gehe ich jetzt noch einen Tag voran. Und, ähm, dann würde ich sagen, kümmere ich mich erstmal im nächsten Part um eure Kommentare. Und beende das Ganze an dieser wunderschönen Stelle. Riga, Rigoberto, Rigoberto. Was ist sein Name? Rigoberto Rivas. Können Sie was fragen? Äh, Sie werden eher weniger spielen, Herr Rigoberto. Sie sind Ersatzspieler. Das muss Ihnen bewusst sein. In diesem Sinne, euch muss bewusst sein, dass ich jetzt die Folge beende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Checkt die Links in der Videobeschreibung für, äh, die Livestreams und Co. Totti-Zeit ist ja aktuell heiß. Ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch vorbeischauen. Äh, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Dünstag. Wenn jeder geht nach Wolfsburg. Wahnsinn. Ich bin raus. In diesem Sinne, haut da rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.